Warum bist du so spät? Entschuldigung, ich war im Skate-Up und gab kein Ur. Das ist doch keine Ausrede. Du hast doch sicher ein Handy. Und du da, was trägst du denn? Mein Uniform ist in die Waschmaschine. Ihr zwei kommt heute im Nachtsitz hin. 4 Uhr in 7.68 abends. So ungerecht. Egal, Mann. Und jetzt zu den Hausaufgaben heute. Wo sind deine Hausaufgaben? Also, es ist so. Mein Hund, der Ex, der hat immer so Hunger. Und ja, er hat meine Hausaufgaben gefressen. Und das soll ich dir glauben? Und wo sind deine Hausaufgaben? Also, Hausaufgaben sind wirklich schlecht für meine Gesundheit. Ich kriege immer Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und meine Augen tun auch weh. Mein Hund hatte auch Hunger. Das ist ja nicht zu fassen. Ich sehe euch alle beiden im Nachtsitz hin. Punkt 4 Uhr 7.68 abends. So ein Hesst. 4 Uhr 7.68 abends. Was soll denn das? Hier wird nicht Fußball gespielt. Ihr kommt beide zum Nachtsitz hin. 4 Uhr 7.68 abends. In dieser Stunde schreibt ihr zwei Seiten. 1 Uhr 7. So. Ich werde nicht durchs Veranst. Das Thema für heute ist frei. Einatmen und ausmacht. Ah, ein Jokker macht viel Spaß. Ja, es entspannt mich. Jetzt in der ersten Sonne. Und nun in der Nachtunterschau. Die Kekse sind breit. Oh toll. Mh, einfach lecker. Sie sind besser als letztes Mal. Was backen wir nächste Woche? Kannst du mit Pfeffernüsse machen? Oder einen Apfelstunde? Komm, wir backen ein schwarz-wölter Kerschtorte. Was? Ein schwarz-wölter Kerschtorte? Linke Fuss blau. Und jetzt rechte Hand rot. Und nun rechte Fuss grün. Schade. Die Zeit ist um. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hans. Nachs Essen ist fertig. Was? Die Zeit ist fertig. Oh ja, das ist richtig. Oh ja, kanns Essen. Äh. Das ist so schön.